Was kann es Schöneres geben, als wenn wir einen großen Preis in der Arena Nova in Niederösterreich feiern, den großen Preis vom Land Niederösterreich, die österreichische Bundeshymne hören und dabei Hugo Simon strahlen sehen. Hugo, Gratulation natürlich von den vielen, vielen Grand Prix-Siegen in deinem Leben, der heute. Wie würdest du den einmal einschätzen? Ja, ich muss sagen, dass ich unheimlich fasziniert war über das Publikum, wie es den Sieg aufgefasst hat und so, dass es mir direkt nahe ging, muss ich sagen. Und wenn man mit 72 noch einen internationalen Grand Prix gewinnen kann, dann muss man einfach heavy sein. Große Emotionen beim Publikum, auch bei dir, auch bei deiner Frau, bei der Margit, haben wir auch bei der Siegerung gesehen. Ihr seid ja ein kleines Familienunternehmen eigentlich, dieser Reitsport-Hugo Simon. Und zu diesem Familienunternehmen gehört auch der City. Du hast ihn heuer im Sommer groß, mittelgeritten und jetzt seit der Arena Nova wieder groß. Warum? Ja, ich musste erst, Freddy ist ein Nachwuchspferd von mir, den habe ich schwer geritten, wollte erst einmal sehen, ob er die schwere Klasse gehen kann. Das hat er bewiesen und da habe ich gesagt, so, jetzt reite ich den Freddy, dass er schnell wird und den Kleinen, dass er hoch springt. Und er hat letzte Woche schon den großen Preis gewonnen, diese Woche wieder den großen Preis gewonnen. Ja, besser kann man sich ja das nicht wünschen. Es sind diese Prüfungen, die im Umlauf sehr, sehr technisch sind und wo man sich dann im Stechen wirklich überlegen muss, wo kann man die Zeit gut machen, wo machen die Jungen vielleicht einen Fehler. Das war immer deine Spezialität und du beweist es ein ums andere Mal. Wo war es diesmal, wo du gesagt hast, so und da kaufe ich euch den Schneider ab? Ja, ich habe gesehen, wie Köffler viel riskiert hat. Er wusste, es kommen zwei Schnelle hinterher, hat viel riskiert, hatte dann zwei Abwürfe. Dann habe ich eben mit City kurze Wendungen gemacht, aber ich habe am letzten Sprung schon viele Springen gewonnen, auch viele verloren. Und heute habe ich gesagt, am letzten Sprung bleibst du mal brav. Und das hat sich ausgezahlt. Das hat sich absolut ausgezahlt, Hugo. Du bist hier in der Arena Nova bei dem Turnier von Michael Rösch seit vielen Jahren auch Stammgast. Was zeichnet dieses Turnier für dich als Reiter aus? Ja, das muss man miterlebt haben. Das kann man gar nicht erklären. Eben die Siegerehrung und wie das Publikum mitgeht und freut sich, wenn wir Österreicher gewinnen. Das ist einfach ein Highlight. Das gibt es nicht auf allen Turnieren und deshalb komme ich gern her, weil eben erst mal das Publikum mag mich. Ich mag das Publikum, weil es ein Fachpublikum ist, gemischt mit Leuten, die das vielleicht einmal sehen, auf der Messe hier sind. Also insgesamt ist es für mich einfach ein Muss hier zu reiten. Das heißt, auch beim großen Preis vom Land Niederösterreich 2015 wird Hugo Siemern wieder am Start sein. Das sage ich jetzt einfach. Da frage ich gar nicht groß, weil du bist ein bisschen in der Pflicht als Titelverteidiger. Ja, wenn ich noch am Reiten bin, der liebe Gott hat mir ja eine gute Gesundheit gegeben, sollte nicht noch am Reiten sein, bin ich sicherlich hier. Wir freuen uns drauf. Dankeschön und noch einmal Gratulation. Fantastischer Sieg. Dankeschön.